Leistungsstark und mit sehr viel Speicher. So präsentiert sich der Fujitsu Siemens Kaleo PI2554 exklusiv beim Media Markt. Im Inneren des Rechners befindet sich ein Intel Core 2 Quad Q8200 Prozessor mit 2,3 GHz Taktfrequenz. Dank des 4 GB großen Arbeitsspeichers schafft der Fujitsu Siemens Kaleo ein hohes Arbeitstempo. Dies hält der Rechner auch bei speicherintensiven Aufgaben durch. Die Grafikkarte von Nvidia, die GeForce GT 120, berechnet im Schnitt 26 Bilder pro Sekunde, ausreichend für die meisten Spiele mit DirectX 9 Technik. Mit 932 GB Speicher bietet die Western Digital Festplatte viel Platz für ihre Daten und Programme. Vorinstalliert ist das Betriebssystem Windows Vista Home Premium. Auf der Vorderseite befindet sich ganz oben links der Ein- und Ausschalter. Darunter ein Speicherkartenleser für MS, SD und MMC Karten sowie für Compact Flash, MD und Smart Media Karten. Daneben liegen der Audio sowie der Mikrofoneingang, darunter eine Firewire und eine USB Buchse. Der DVD Brenner von LG liest und beschreibt problemlos alle gängigen CD und DVD Arten. Auf der Rückseite befindet sich der Netzschalter, zwei digitale Tonausgänge, eine VGA-Buchse, sechs USB-Buchsen, ein Netzwerkanschluss, eine Firewire-Buchse sowie analoge Ton-Ein- und Ausgänge. Die Grafikkarte hat gleich drei Bildschirmanschlüsse, einen DVI, einen VGA sowie einen HDMI-Anschluss. Zur Ausstattung gehören neben der Bedienungseinleitung, eine kabellose Funkmaus und Funktastatur und ein umfangreiches Softwarepaket.